Zum Häuschen. Sind wir noch nicht umgestellt. Diesmal so. Das darf ich. Also halt hier, Platte. Okay, ich komm. Ja, ich schicke ihr Luftwerk da rüber. Keine Zeit. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Sie ist wieder nichts. Feindliche Drohne aktiv. Einmal runtergetaucht, bist blind. Feindliche Kontadrohne aktiv. Nein. Ein bisschen daneben gesprungen. Oh, zweitemal, das kann noch nicht sein. Was ist denn hier los? Feindliche Drohne aktiv. So. Jetzt aber. Was ist denn hier los? Drohne aktiv, feindliche aktiv, bla 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 aktiv. Ich mach dir auf. Luft. Da bist du da, ne? Ja. So, hier ist sie. Ich muss einmal kurz schießen. Okay. Die Feinde haben eine Kontadrohne eingesetzt. Ne. Na mal, ich überlieb. Hier ist jemand, oder so? War gerade ein Schuss wieder. Ne. Oder über uns. Der Feind nähert sich. Der Feind nähert sich. Der Feind nähert sich. Ganz ja die geilen Sounds hier in diesem Spiel. Mhm. Ja, die sollen mal so Feindes rausbringen. Was ich gesehen habe, sieht gut aus. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Das Team hat es in die Sicherheitszone geschafft. Ich glaub, 12.000 brauchen wir. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Ja, lass mal. Ne, reicht noch nicht. Man kann hier hoch. Wo ist der? Feindliche Drohne aktiv. Die wollen wir. Gasmaske hier. Hab ich auch schon. Oh, Mann. Hey. Hey. Wo ist denn jetzt hier die Kiste? Ich hab mir Geld. Ah, hier. Ach, hier sind wir. Wusste ich gar nicht. Wo ist das Ding? Ach, da. Ähm, hier. In der Nähe werden Leute getötet. St Du. Guck. Einmal, ähm, Moni aufstocken. Jaja. Wir sehen eine offene Stelle im Feindlichen Netzwerk. unten und die daten sich alles abregeln munitionslager ja was ja willst du nicht die ganze zeit bei der kiste hier stehen bleiben vielleicht zwei minuten ist der timer oder so ich habe eine munik ist dann auch was wir ausbauen ich habe uns dabei spielautomat zwei habe ich ist dann dieser auftrag wieder ach der ist hier ja das tatsächlich hier ach hier sind heimark ist die besten zack sehr schön nix gemacht kassiert muss das sein wie bürgergeld junge nix machen und geld kassieren zwei strich ich sehe die hat einen pfalz gekriegt nicht siehst du die oder was betroffen ne ich glaube das tot na die waren zu zweit einer down ich liege auf der ist im wasser dessen wasser was macht der denn der konnte schießen ohne ende dessen wasser der schwimmt auf seinem steg der ist jetzt hoch der geht jetzt hoch der ist auf deine seite der wird jetzt geradeaus nein nein der läuft jetzt geradeaus zu dir genau da müsste er sehe ich nicht mehr ich habe nur gesehen dass er da hoch ist der scheint hat sein netzwerk wieder gesichert es ist vorbei rücke vor das ist hier vorrätstationpreise angepasst zutschkom zéis hier einfach ich bin auf dem weg da der ist down der eine ist auf meiner seite nein habe ich der ist fast da und er hat nicht mehr viel sehr gut ein haarsprächer bin ich gestorben weißt du das was für wasser nein sonst hier ist einer gestorben und da ja hier ich habe mit der bohrladung am camp dass ich die wieder kriege hat der und jetzt nicht mit gerechnet dass ich da noch so was habe ich für eine waffe was ist denn für wappen eine ftec faken über uns läuft glaube ich jemand passt schon meine fennec und diese faken links so eine dmr fx 1 schluss ja ich weiß da habe ich ja ich habe meine ich würde sagen wir bleiben entweder bleiben wir hier bis zone kommt oder gegen gerade außenlander hoch oder hier bleiben nein nein hier bleiben hier ist ohne egal hier ist ohne diese ja ja guck mal wenn wir gerade aus weiterlaufen sind wir auch in der zone schön jetzt einfach hier ich brauche unbedingt neuen controller wirklich es ist so nervig haben wir eine drohne angemacht hier ist noch voll und hier nein ich habe den ich bringe mir was mit was sein achtung ein teil des teams ist noch außerhalb der sicherheitszone meinst du das passt hier ja da habe ich ja schon geguckt wenn wir jetzt gleich gerade ausgehen dann sind wir wieder in der zone ich weiß nicht doch ich muss in die ecke in die ecke herrlich in die stille ecke ne guck doch mal wie nah die schon ist nein das geht ich habe geguckt ich habe check gemacht und hinten kommt keiner mehr ist so kommen wir jetzt hier hingehen zack 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 du hast ein laser den man die ganze zeit sieht mit der waffe ich weiß nein nur wenn ich ziele nur wenn ich anvisiere ja jetzt kommen wir hier aber nicht hoch egal egal wir nehmen mal gleich seil wir gehen schon mal in der richtung guck mal zone ist mit uns zone gönnt hoff ich zumindest ja die geht kaputt ja ich weiß ich überlege gerade mörserschlag ja komm geh mal hoch oder lauf mal hier weiter die frage wir können jetzt auch hochgehen ich weiß nicht ich kann wir können ja kurz warten wo zone ich habe einen getroffen ich nicht hoch hoch noch ein typ ein gegner ein gegner oh der ist hinter uns ja 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 ich mache gerade platten rein warte 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 Der hat selber schon gemacht.